Ja, das nächste Lied handelt von all den nicht so schönen Dingen, die sich der Mensch ausdenkt, wie Trump, Atomkraft, AfD zum Beispiel. Und ich glaube, der Mensch könnte das besser machen. Wird er vermutlich niemals. Fukushima! Wird er vermutlich. Wird er vermutlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und dann geht's das Bedeutung. Ich bin ein paar Leute, die ich bin ein paar Jahre alt. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017